Vom 8. bis 9. Juni 2024 veranstalten wir unsere dritten Hamburger Balletttanztage. Wir bieten an jedem Tag acht zweistündige Ballettklassen mit unterschiedlichen facettenreichen Schwerpunkten in zwei großen Sälen der Lola-Rocke-Schule, der professionellen Ausbildungsschule in Hamburg. In manchen Klassen begleitet ein Pianist vom Hamburg-Ballett den Unterricht. Der Unterricht ist geeignet für HobbytänzerInnen ab ca. 16 Jahre und Erwachsene jeden Alters mit sehr guten Ballettvorkenntnissen bis weit Fortgeschrittene für Semiprofis und Profis. Du kannst beide Tage buchen oder nur einen einzelnen Tag, Samstag oder Sonntag, mit jeweils vollkommen freier Wahl deiner Klasse. Unser hochkarätiges internationales Gastdozententeam besteht aus Silvia Azzoni und Sascha Ryabko, Leon Kjelson, Oliver Jones, Friederike Mitterhoff und Anastasia Jastrebova. Untertitelung des ZDF, 2020